Dr. Jane Mathis Also, es ist der Jahrestag. Zwei Jahre. Worüber möchtest du heute reden? Ich will Menschen wieder helfen. Ich... ich gehe dem schon zu lange aus dem Weg. Also, ich habe einen Traumapatienten. Hallo? Sie müssen ehrlich sein. Ich suche einen, der mir sagt, wie ich hiermit leben kann. So läuft Therapie. Ich sehe mich selbst nicht. Identitätsstörung. Weil ich immer wieder an den Ort zurückgeschleift werde. Sie haben eine Ahnung, wie sich das anfühlt? Natürlich. Ich habe... Sie haben was? Ich habe... Nora. Sie lagen falsch. Es ist alles falsch. Ich wollte... Ich muss gehen. Jane. Was? Du machst keine Fortschritte mehr. Sie hat dich verletzt. Manche Menschen sind einfach nicht richtig verdrahtet. Ich sehe immer wieder Nora und denke, ich werde langsam verheul. Nein... Eurecht! 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 Eurecht, Eurecht, Eurecht! Eurecht! Yes! 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 You!